ah ok darunter geht's nicht da hoch was die ganzen kinder aber die machen nichts nicht schon wieder wo denn Boah, ich bin jetzt ein paar Mal gestorben und ich würde es jetzt einfach mal unkommentiert lassen. Also ich versuche es mal jetzt hier ganz schnell durchzukommen. Das ist mir echt ein bisschen komisch. Das ist mir echt ein bisschen komisch. Okay, das habe ich geschafft. Das hat jetzt echt so ein paar Versuche gedauert, die wollte ich euch ersparen, aber ja, die Fluchtsequenzen sind schon ganz nett, wenn man weiß, was man machen muss. Ansonsten ist es ein bisschen frustig, weil es immer wieder so weit zurückgesetzt wird. Leider. Boah, das ist echt alles so richtig kaputt. Alles mit Beton und Stahl und hast du nicht gesehen. Kann ich da runterspringen? Oh, nee. So. Okay. Boah. Furchtbar. Was hier alles passiert. Furchtbar. Kann ich da? Oh, okay. So. Komm, lass mich wieder runter bitte zu der Uhr jetzt. Das Katze und Mausspiel. Das ist langsam ein bisschen anstrengend. Na gut. Du wolltest niemandem was Böses. Was hast du mit deiner Tochter alles getan, ha? Da krieg ich echt einen rauen Hals, wenn ich da... Das ist wieder ein Herz. Ich wollte niemandem was Böses. Also komm, das kannst du dir echt sparen, Daniel. Das kannst du dir mal sparen, den Spruch. Piers, brauchst nenn. Na komm, stich zu. Mal sehen. Komm ich jetzt hier rüber irgendwo? Da. Ne, da sieht alles ein bisschen fies aus. Warum seid ihr noch hier? Alles kaputt gemacht. Hä? Hier ist doch Erde. Dankeschön. Dankeschön. Oh, diese ätherische Musik. Jedes Mal beim Totem. Aha. Was ist denn da oben? Okay. Okay. Also komm, da ist doch Boden. Oh, ist das doof. Das wäre schön. Das wäre schön, wenn ich das irgendwie vorher so anzeigen würde, dass man hier Boden hat und darüber laufen kann. Oh, warte mal. Nee. Kriegt da noch was? Nein. Ich lege jetzt auch keinen Wert darauf, groß noch was aufzusammeln, auch wenn ich jetzt gerade noch das Bonbon-Papier genommen habe, aber das ist ja eh nicht das Ende, das ich will hier. hier. Ja, da oben ein bisschen was wächst, da geht es auf jeden Fall immer, aber man sieht es trotzdem blöd. Sieht aus wie ein Matsch auf dem Boden und dann kann ich da trotzdem kein Totem drauf platzieren. Na, lass mich raten, erstmal hier das Totem. Oh, der wackelt aber auch so beim Balancieren. Die ganze Zeit, Daniel. Apropos, ich glaube, es ist echt nur eine Frage der Zeit, bis hier gar nichts mehr wächst, dann ist hier nur noch Beton. Fies. Die ganzen Festgekrotzten da. Nehmen wir jetzt einen Schleim und was das ist. Oh, ein Gitarrenlied. Gehört das gar nicht hier? Oh, ist das wies. Ach, jetzt machst du einfach Daniel. Stell ich nicht so an und hau das irgendwo in den Boden rein jetzt. Das Totem. Hm. Bläh, bläh, bläh. Äh. Nicht immer rumkotzen hier, bitte. Völlig echt unschön von dir. So. Ah, ich finde das immer so unheimlich, diese, diese Gestalten hier, was die, ja, was die da drin hängen. So, ich muss bestimmt meinen Totem benutzen, aber da ist Erde. Ja, sehr gut. Okay. Aber wo? Hier? Nee. Darunter? Ah, ich muss hier rein. Tut mir zwar ein bisschen weh gerade, aber passt schon. Oh, ich hab' nicht durch die Klappe geschaut. Vielleicht... Bäh. Hätte jetzt auch dumm ausgehen können, aber... Na gut, die Rücksetzpunkte. sind jetzt nicht so wild, finde ich. Hä? Nee, warte mal. Da komm' ich doch her. Wollt ihr mich verarschen? Achso, hier ist ein Bonbonpapier. Na toll, jetzt ist hier wieder die Platte drüber. Da komm' ich ja her, da komm' ich aber auch wahrscheinlich nicht zurück jetzt, oder? Na, wie gesagt, da komm' ich her, das bringt nichts, da geh' ich nicht zurück. Äh... Das war es jetzt echt nur für ein Bonbonpapier? Na gut, ich beschwere mich nicht. Immerhin, ne? Sammelgegenstände, warum nicht? Aber ich muss jetzt einen Weg finden, wie ich hier raufkomme, offensichtlich. Vielleicht... So... Das da geht alles hoch. Ach hier, da kann ich jetzt wieder eins setzen. Ja toll, dann fällt mir das Teil auf den Kopf, oder wie? Oh, ne doch nicht ganz. Alles klar, okay, das funktioniert so. Schätz' ich. Muss einfach nur schnell sein. Okay, wenn ich klettern kann, ist alles gut. Ich hab' hier erwischt mich dann nichts. Was'n komisches Rätsel. Das erste Mal, dass wir sowas machen müssen. Und das Tor hier, das sieht doch schon aus, als wenn wir bald wieder... ...irgendwo, wo's ein bisschen normaler wird. Vielleicht wieder an der Kapelle. Wo's dann im Endeffekt wieder runter geht zur Uhr. Huch. Was ruckelt das hier so? Oh Mann. Sieht ja heiß aus. Komm' ich auch nicht wieder hoch. Oh Mann. Oh Mann. So. Ich glaub' zum Schluss jetzt wird's nur eine ganze Menge Kletterei geben, hm? Na komm, greif rüber. Äh. Ne, geht nicht. So geht's. Ah. Wir kommen auf jeden Fall immer höher. Das ist schon mal gut. Oh. Was? So. So. So is the clock nearby? How can I destroy it? I saw how you tried to smash the Corsilla so I'm sure you have the power to stop the clock. You can either stop it or smash it. Up to you. But before you can do this, you need to find your answers. You need to understand why you promised you would never return to this place. Answers? Mmh. Look at the graves. They contain countless stories. Someday you'll return. To claim one of these. And everything you went through will be buried with you as well. Tja, hm. Dann passt das ja auch. Bei dem Spieltitel. Tja, so ist das Leben. Ich meine, im Endeffekt sterben wir alle mal, oder? Ob du jetzt ein glückliches Leben führst oder ein trauriges. Es ist total egal eigentlich. Es schützt sich nichts davor. Wir werden alle älter. Die Zellen verfallen und irgendwann... Tja. Achso, ihr habt auch gefragt, was ihr für einen Akzent habt. Ja, das hört sich definitiv an wie ein schottischer Akzent. Und... Es gibt jemanden, der möchte dich gerade jetzt treffen. Hier? In diesem Wasteland? Eleonora kann es nicht sein, oder? Die Enthüllung. The Revelation. Vielleicht die einzige, die noch da ist, die Person, wäre die dunkle Stella. Aber die kommt ja nicht hier. Und die dunkle Stella ist ja auch nur das, was er mit ihr gemacht hat, wenn man es so will. Er hat sie dazu gemacht, dass sie alles so negativ sieht. Überleg mal so ein kleines Mädchen. Oh. Das ist wirklich Eleonora. Aber auch nur in seinem Kopf, natürlich. Das ist wirklich. Ich sollte nicht stoppen glauben in dich. Obviamente, sie wollen nicht darüber sprechen über ihr Fall. Und ich habe meine Sorgenen über was passiert. Es ist nicht natürlich, dass ich auch noch alive bin. Die reale Grund, warum ich so angry mit dir war, ist, dass... Ich verloren ein Kind, auch. Und... Ich fühlte, dass... Unlike mir, du eigentlich hatte eine Chance zu finden. Ella, ich bin so sorry. Ich weiß nicht was zu sagen. Was ist passiert? Er war noch nicht geboren. Und... Ich habe es versucht, es zu tun. Aber... Ich will nicht mehr darüber sprechen über das. Die letzte Mal, du sprachst ein Buch. Kannst du es mir jetzt geben? Ich habe es verloren. Wie kannst du? Es war meine letzte Klue, um zu finden Stella. Ich glaube, du brauchst keine mehr Klues, Dan. Du musst einfach verstehen, wer du wirklich bist. Und... Reading diese Buch würde dir nicht helfen. Selbst jetzt... Du bist nicht bereit für was da geschrieben. Und du? Warum bist du noch hier? Ich habe keinen anderen Ort, um zu gehen, Daniel. Ich habe es niemals getan. Jetzt, dass die Welt zerbrochen ist... Du hast mich verpflichtet, hier zu bleiben. Mit dir. Aber... Jetzt musst du gehen. Es ist Zeit für dich, die Wahrheit zu finden. Will ich dich wieder wieder sehen? Bitte. Ich bin sicher, dass du es wirst. Habt ihr gerade gehört, was sie gesagt hat? Sie hatte auch ein Kind und das hat sie verloren. Sie musste es tun. Kann es vielleicht sein, dass Daniel mit ihr ein Kind hatte? Dass er sie geschwängert hat und sie hat abtreiben lassen? Ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob ich mit so einem Typen ein Kind haben wollte. Klingt jetzt fies, ja. Aber... Ihr seht ja, was der für ein Vater war. Und was für ein Ehemann. Ich meine, das war wahrscheinlich nicht immer so. Es ist ja nicht so, dass man sich immer... Dass man immer so ist in der Ehe. Aber das entwickelt sich halt mit einer Zeit wahrscheinlich. Dass man dann merkt, was das für eine Person ist. Wie halt der wahre Charakter einer Person ist. Und dann trennt man sich halt. Tja, davor ist halt keiner gewahrt. Dass man vielleicht das wahre Ich von jemandem entdeckt. Und bei ihm ist es offensichtlich, muss man sagen, oder? Oha. Noch mehr Blut. Oh, hört ihr? Da ist wieder ein Herz. Ich kann wieder ein Herz zerstechen. Ja, ihr habt es ja gehört. Ich werde jetzt hier auf jeden Fall das schlechte Ende. Und dann werde ich am Ende noch, je nachdem wie lange der letzte Part ist, noch dranhängen. Oder... Oder werde halt extra noch ein Video machen zum guten Ende. Also wenn man es so nennen kann, das gute Ende. Guck mal hier, wie nett. Die Fliegen aufgemalt an der Wand. Und... Och komm, keiner verpisst euch. Kann ich da irgendwo ein Totem reinhauen? Natürlich nicht. Diese Schneckenmenschen. Warum machen die das einmal und da wieder nicht? Bonbon. Gib mir das Papier. Schnell. Dann sterbe ich. Was mach ich da jetzt? Soll ich jetzt... Hä? Muss ich da hoch? Geh weg. Nein. Nein. Ich weiß nicht, was ich hier machen soll, ne? Ich weiß nicht, was ich hier machen soll, ne? Ich werde ich da runterspringen? Ne, kann er gar nicht. Aber ich habe gerade keine Fliegen dabei. Tja. Warum wohl? Wenn ich mich hier drauf stellen könnte und jemand wird das Totem anmachen, dann würde ich aber auch nicht hochreichen. Von daher... Hier muss ich halt nur die Fliegen platzieren später. Das ist ja komisch. Kann ich vielleicht hier noch so ein Totem reinhauen? Geht hier dann eine Wand auf? Ne. Wird nichts bringen, schätze ich. Ah, aber ich kann hier noch klettern. Ach. Na siehste. Und ich komme dem Herz näher hier. Hoffe ich. Oha. Wieder ein Camp? Ist das das... ...alte oder das zweite Camp? Also das erste oder... Oh, warte mal. Was brauche ich hier nochmal für eine Potion? True Sight vielleicht? DNA. Ich glaube True Sight war es. Ja. Ja. Ja und dann hast du sie einfach... ...hängen lassen. True Sight. Ach da war es ja schon. Mandrake. Guck, Crushed Mandrake Root. Throw in two whole Psilocybes. Crush and add two Henbane Leaves. Two. Ja. Und finally add Crushed Devil's Trumpet Root. So. Ich mache mir noch schnell einen auf Vorrat. Wer weiß ob ich nochmal was brauche. Besser ist es. So Mandrake Root. So Mandrake Root. Ihr wisst ja wie es läuft. Ich mache mir immer so ein bisschen was auf Vorrat mit. War ich da auch noch was gecrushed? Ach so Leaves. Ich würde gerne mal so eine wissenschaftliche Analyse oder so eine Psychoanalyse von den ganzen Sachen hier. Also es gibt es ja auch bei Silent Hill sowas, dass da immer irgendwelche Monster sind und die sind alle gleich gekoppelt mit der Psyche des Protagonisten. Oh, guck mal der Teddy und die klauen ihm die Büchsen. Der hat sich hier versteckt. Also was weiß ich, da kommt jetzt so ein Vieh und das hat halt so ein komisches röchelndes Atmen. Das ist dann irgendwie ein Verwandter mit einer eisernen Lunge, der daran gestorben ist. So ein Trauma. Ihr wisst schon, ne? Sowas in der Art. Ach guck mal, das Zeichen kennen wir doch. Aber ich finde es so schade, dass ich nicht mehr zurück gehen kann und das alles noch lösen kann. Das ist so doof irgendwo. Locked. Locked. Nicht aufkneifen. Locked. Locked. Oh, ich kann den Schlüssel hier doch benutzen. Das gibt es ja gar nicht. Da habe ich schon ewig lang den Schlüssel. Ein Brief an Nina. Hey. Was? Diesmal habe ich einen wirklich, wirklich langen Pfad der Courage für sie vorbereitet. Triff mich um neun, du weißt wo. Lass sie dich nicht sehen und lass mich nicht warten dieses Mal. Ich lass das Feuer brennen. Aha. Hat er den geschrieben? Ich sollte nicht. Also hat er schon... Hat er seine Frau schon länger betrogen? Und Nina ist ja Eleanora, wie wir wissen. In Wirklichkeit. Ja, guck mal. Da sieht man auch schon, die Hand mit dem Ring ist er, weil er verheiratet ist und sie... Also die andere Hand, entweder ist es auch seine oder das ist die von Eleanora, die nach seiner greift. Also hat er seine Frau auch noch betrogen und hat noch eine andere Frau geschwängert, die dann abgetrieben hat. Super Kerl, ne? Hat man ja schon mal. Ich will jetzt nicht so weiter rum... rumhetzen und rum... Bäh. Ich werde mich nicht weiter aufregen über Daniel, sagen wir es so. Guck dich mal an, da ist ein Glas mit kleinen Ärmchen drin, wie süß. Auf den ersten Blick bisschen eklig, aber dann ewig ganz niedlich. Also das, was wir hier immer haben, nur in klein. Ach, wie knuffig. Hahaha, ist ja witzig. Ich fag mich ja, was da passiert ist zwischen den beiden, wenn die sich erst so gut verstanden haben, sogar ein Liebespaar waren. Warum ist er dann einfach abgehauen? Das sieht immer so eklig aus, wie so ein Haufen Eingeweide, Kot und sonst irgendwas und Ärmchen. Wenn du mich nicht in diesem Bunker gefunden hast, wer weiß, wo ich jetzt sein würde. Eigentlich, ich war wirklich Angst. Also bin ich glücklich, dass ich dort bin, bevor du verletzt hast. Aber du musst dich resten. Du siehst immer wirklich pale. Ja, ich fühle mich wie sch***. Ich sollte ein bisschen mehr sleep. Ich fühle mich wie sch***. Ichwarte. Du octal. Du bist Unknowner. exposed bist